Und Folge RageMod, tut mir leid, der Razer hat jetzt ein paar Sekunden Leerlauf drin, da ich musste ja auch noch mehr starten. Heute Mitarbeiter Razer Moon. Fuck! Hallo, Bidea. Moin, moin. Die Sunny. Hallo. Und die Yuki. Moin, moin. Und ich habe dafür ein bisschen abgehackte Begrüßung. Weißt ja, der zählt hier an, ne? Und ich habe noch nie mal Aufnahme gestartet. Ja. Sonst immer... Blaze? Passt alles? Alles bereit? Nee, wieso Dings hat gesagt, du sollst machen und ich habe noch gezählt. 3, 2, 1, los. Das waren so lütze. Das war einfach mal genug. Oh nee, wo muss ich denn da hin? Wo geht's denn da weiter? Ach, da rüber. RageMod, Run, Punkte. Ey, das ist jetzt die... Punkte 0. Kills 0. Tode 0. Was? Nee, das ist hier die anständige Mütze. Ich kenne die Mütze nicht mehr, weißt du, und ihr macht hier so einen Scheiß. Hast du nie Call of Duty gespielt? Nein. Weißt du doch ganz genau. Nee, Entschuldigung, Call of Duty. So hieß es doch. Oh, die Achse ist nicht toll. Hallo? Ja, nimm hier den. Och nein. Mein Achse hat sich jetzt gefragt. Oh ja, hier ist wieder der Kerl, den man so leicht tueten kann. Nee, ja klar, ich bin der Typ. Der Mensch. Wir spielen jetzt eine Runde Basketball. Okay, hier fang ich rein. Was? Ah, ich bin der Typ. Äh. Äh. Was? Ah, ja? Warte. Ja, und? Ja, und? Ja. ja daneben geworfen habe ich gesehen aber ich habe es ja schon wieder sagt mir nix und schreibt mir kommt hab dich auch ich wollte ihn noch mitnehmen da ist die infinity Wie weiß der, wenn er nicht, kann ich nicht mehr. Warum ist der, bin ich hier schon wieder? Oh mein Gott, bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Na... Oh gut. Du hinst mich früher jetzt nicht mehr vonkert, ne? Ja, Blaze, ne, ist klar. Hättest du wohl gerne so, das hättest du wohl gerne so. Yes. Da war der Blaze tot. Ich wünsche mir nicht rennen, scheiß Laufbakt. Wer hat mich gewartet, dieser Sch***? NARUX! Ich kann sie ihn, ich kann sie ihn. Ich kann ihn jetzt töten wohl, sah. Rage, mal holen, dann! NARUX! War doch einer am Fenster? POPPADAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPA Haha! Scheiße! Oh Yuki! Oh oh! Oh nein! Ich bin nix um 15 Meter Axt! Die hat die Klenke! Oh nein! Nein, jetzt hab ich mit der Axt verfehlt. Wie nennen wir das Ganze eigentlich? PvP Spaß am Freitagabend oder wie? Ja genau, PvP Spaß am Freitagabend. So nennen wir das, genau. Entschuldigung, Ringel P2. Wie der Blaze mich einfach nicht gesehen hat. Scheiße. Drei Mal hintereinander, was ist jetzt los mit dir? Nein, nicht mehr. Bleib stehen jetzt. Stirb wie ein ordentliches Mädchen. Stirb wie ein ordentliches Mädchen. Bleib doch stehen jetzt. Komm, ich hol das Messer raus. Willst du mir mein Messer sehen? Nein, danke. Das ist ganz stumpf und kurz. Das ist eine Machete. Eine Machete. Die stirbt einfach nicht. Warten wir weiter, ne? Eine Matchbox-Machete. Oh mein Gott. Da war Lava. Ja. Ich hasse diese Axte. Äxte. Axte. 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 Kackste. Äh, was? Axte. 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 Ja, wer hat den Strom mit der Axte geworfen? Ne, ist doch ganz einfach. Axte. ich steige das niveau und da war ein alex ja und nicht du hast mich getötet sonder luca wars das kriegst du zurück ja siehst du bist du schon voll dreist von dir ja bleib stehen kannst du mit der axt im kopf dran warte ich komm zu dir muss doch stehen bleiben ich hab keine axt mehr ja dann bleib trotzdem stehen dann gehe ich dich mit der axt boah das finde ich jetzt gemein ich gehe in die ecke und schmocken die zweite von hinten die zweite von hinten die geht ihr seid mir tschüss